Heyho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wie ihr seht, stehe ich hier in Forb hinter und das ist auch ein ganz bestimmter Grund. Ich kaufe mir endlich Telina bzw. Kampos. In diesem Video kaufen wir uns die süße Telina. Beziehungsweise das süße Telina oder keine Ahnung. Das Pinke hier. Als die reinkam letztes Jahr, hatte ich gerade angefangen mit Star Stable und konnte sie mir deshalb nicht kaufen. Umso glücklicher bin ich, dass die wieder reingekommen sind und ich sie mir jetzt kaufen kann. Das Telina und das Kampos sind beides Pferde von dem Modell Achaltekina. Sind sie nicht wunderschön? Wunderschön sind sie. Das Telina kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 1, Disziplin plus 1, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 3 und Agilität plus 3. Kann man ab Level 1 kaufen, ist nur begrenzt verfügbar. Dieses Mal ausnahmsweise bis zum 1. September. Kostet 850 Star Coins. Ist ein Pferd der Generation 3. Kam 2020 das erste Mal rein. Ist ein magisches Pferd. Ist klar. Es kann nicht länger im Wasser schwimmen als andere Pferde, auch wenn es aussieht wie ein Fisch. Außerdem, kleine Zusatzinfo. Das Telina und das Kampos sind die ersten magischen Pferde mit zusätzlichen Teilen am Körper. Hier zum Beispiel die Flossen. Wenn wir mal wechseln. Das ist die normale Form vom Telina. Und das ist die verwandelte Form. Ihr seht, hier sind Flossen dran. Das ist das erste Mal, dass das so passiert ist. Und es zittert. Warum zittert das so? Meine Dings macht das aber nicht. Naja. Egal. Wir kaufen uns Süße auf jeden Fall. Das wirbelnde Meer um die Insel Jorvik wimmelt von Magie und Geheimnissen. Und aus diesen Gewässern taucht auch ein perlmutfarbenes Pferd auf, das Telina genannt wird. Das eigenwillige Telina hält sich gerne in den seiligten Gewässern und auf den Felsverspringen der Küste von Jorvik auf und sammelt Muscheln mit einem Perlmutglanz, der zu seinem schimmernden Fell passt. Durch seine Vorliebe für glänzende Dinge hat das Telina ein scharfes Sehvermögen entwickelt und kann Dinge aus großer Entfernung erkennen. Das führt allerdings oft dazu, dass es sich von anderen Dingen ablenken lässt. Jorvik'sche Seefahrer erzählen faszinierende Geschichten von magischen Meerespferden, die nur dann auftauchen, wenn sie dringend gebraucht werden. Wenn sich Segler auf dem Meer verirrt haben, behaupten sie oft, ein perlmutfarbenes Pferd auf den Felden erschienen gesehen zu haben, dessen Anwesenheit die unruhigen Seeleute beruhigt hätte. Diese Pferde stellen sich in Richtung Festland und führen so die orientierungslosen Seefahrer sicher nach Hause zurück. Die Seeleute nennen diese Pferde Telinas, weil ihr Pferd schimmelt wie die Schale der Tellmuschel. Der Ursprung dieser Zauberpferde ist ein Mysterium, aber man flüstert von einer einst grünen Insel vor der Küste Südostos Jorwigs, auf der magische Pferde frei herumstreiften, bis zu jedem tragischen Tag, an dem das Land im Ozean versank und die Pferde ohne Heimat zurückließ. Es hieß, die Telinas, die auf Jorwig an Land gegangen sind, seien Nachkommen der Pferde dieser sagenumwohnenden Insel. Wie andere magische Pferde in Jorwig zeigen sich Telinas nur in wilden Orten in ihrer Gansbracht. Ja, okay. Das ist ja nicht mehr so. Telinas reifen sich wie die Achaltekina, denen sie ähneln. Genau, wie sie kaufen, die Süße. Und ich habe auch schon einen Namen für sie. Und zwar ganz kreativ soll die Süße... Ganz kreativ soll die kleine Ocean Pearl heißen. Kaufen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Ich werde die Kleine jetzt umziehen und dann sehen wir uns später wieder für die Gangarten. Ha, oder auch nicht. Ich bin ein bisschen vergesslich. Ich kaufe mir natürlich nicht nur das Telina, sondern auch noch dazu den süßen kleinen Rochen hier. Mit einem Seestern auf dem Rücken. Oh, wie schön. Perlrosa Panda Ray. Dieser freundliche Manta erobert alle Herzen. Er hat sich sogar mit einem Seestern angefreundet, der jetzt auf seinem Rücken mitreißt. Die Ursprünge der Panda Rays sind ein Rätsel, aber man nimmt an, dass sie aus Pandoria entkommen sind. Genau, in Pandoria sind ja auch solche Mantas, die da rumfliegen. Den süßen kaufen wir uns. Tschüss, Darkholz. Okay. Jetzt sehen wir uns aber wirklich gleich für die Gangarten zurück. So, hier stehen wir jetzt. Einmal, ich finde dieses Perlmode Pink einfach wunderschön. Es sieht total toll aus. Ich liebe dieses Muster hier hinten. Ey, das ist toll. Ich finde es super schön. Ich weiß nicht, warum viele sagen, die sind hässlich. Ich finde die überhaupt nicht hässlich. Ja, okay, das hier hinten sieht ein bisschen seltsam aus. Aber ich finde die überhaupt nicht hässlich. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Ich finde die toll. So, das ist auf jeden Fall die verwandelte Form. Und das hier ist die unverwandelte Form. Also, die unverwandelte Form finde ich so schön. Das ist richtig toll. Also, sieht hammer aus. Sieht mega aus. Richtig toll. Ich habe jetzt auch das Set, was sie anhat, eher nach der unverwandelten Form ausgewählt. Bei der verwandelten Form passt das nicht so ganz. Aber ich finde es immer etwas schwierig, bei den magischen Pferden was zu finden, was auf die verwandelte und auf die unverwandelte Form passt. So. Ich liebe diese Augen. Da, blau. Es ist blau. Die Augen sind blau. Wunderschön. Ah, ja. Und dieser Manta ist ja mal sowas von niedlich. Also, das ist ja der Hammer. Ich finde den mega niedlich. Also, der ist total süß. Die 400 Stalkhorns haben zwar jetzt wehgetan, aber es ist in Ordnung. Ich zeige euch jetzt die Gangarten und danach gibt es mein Fazit. Zum Friseur können wir mit Tilina leider nicht. Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich dieses komplett abrasierte hier überhaupt nicht mag. Ich hätte lieber wenigstens ein bisschen mehr Mähne gehabt. Aber, na gut. Kann man jetzt nicht ändern, gell? Viel Spaß. Bis zum Friseur. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das waren die Gangarten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe selber bereits einen Achaltikiner. Ich fand das Reitgefühl auf dem Achaltikiner wunderbar. Ist ja das gleiche Modell. Ich habe allerdings nicht in Erinnerung, dass er so zittert. Und ja, die Gangarten sind jetzt nicht so ganz meins. Gerade das in der vierten Gangart, also sieht man das gut. Hier dieses, das rechte Vorderbein, das geht so ganz komisch nach unten, habe ich das Gefühl. So zack, 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 als würde das irgendwie wehtun. Keine Ahnung, es sieht ein bisschen komisch aus. Der ganz schnelle Galopp gefällt mir auch nicht so. Das wirkt mir ein bisschen zugehetzt. Aber ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich das Fertigmeister sowieso nur von hinten sehe. Und dann sehe ich so viel. Mehr nicht. Und ja. Ich kann so nicht mehr. Die Gangarten sind nicht ganz ausgefeilt. Aber ich habe mit dem Telina oder mit dem Achaltikiner kein Problem. Ich finde, das Telina ist super schön gelungen von der Fellfarbe allein. Das macht es wert, sich das zu kaufen, meiner Meinung nach. Also. Und dieser süße kleine Manterei. Oh, guck mal, wie er da rumfliegt. Das wusste ich auch noch nicht, dass er so im Kreis die ganze Zeit um einen rumfliegt. Das ist echt süß. Ja. Kenn ich die ganze Zeit. Auch wieder in der Satteltasche sitzt. Das ist total süß. Ja, ich gucke mal ein bisschen raus, aber im Prinzip lasse ich mich tragen. Also. Für mich kriegt das Telina definitiv einen Daumen hoch. Und auch eine Kaufempfehlung, wenn man sich von einem Fisch aussehen nicht stören lässt. Ich finde das toll. Ja. Ich finde dich hübsch. Meine kleine Ocean Pearl. So. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.